Und da sind wir wieder bei Final Fantasy Crystal Chronicles in der Lunari-Wüste. Gerade dabei, das größte Realize des Spiels zu lösen. Wir haben bereits Blitz auf die Kakteen gewirkt und Gravitas auf dieses schöne Haus gewirkt. So, dann jetzt der nächste Schritt. Für den werden wir Feuer brauchen. Aber erstmal müssen wir uns hier vorne noch ein bisschen weiter übernehmen. Welchen Gegner in der Nähe? Ja, und... Eins, zwei, drei! Gravitas! Lüßiger Montesaurus. Ich bin dabei. Ich habe jetzt keine Gegenstelle, aber tötete du trotzdem. Gerade deswegen? Ja. Ich habe immer noch keine Zauberbein nutzen, also es ist nicht gut. Das hat sich nicht geändert in der Pause. Ich werde nichts Sinnvolles bekommen am Ende dieses Levels. Und da sind wir nächstes Ziel. Und ich bin verhüftet. Ich bin überhaupt nicht stört, wenn ich das angreife. Mein Zaubern hier. Haltor. 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 Äh, soll ich das. Das funktioniert mit Einzelbigen. Haltor. 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 Und da sind sie Toad. Heiß. So, dann jetzt... Schönen müssen zusammen haben. Feuer auf den Felsen da oben. Huch. Riesige Explosion. Ich weiß nicht genau, wie Felsen explodieren. Äh. Und da ist nur ein Schatz. Meine, 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 meine. 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 Haltor. Heiß. Haltor. 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 Feuer! Eins, Zwei, Drei! Ah, der hat mich genau in dem Moment erwischt. Eins, Zwei, Drei! So. Schön für was, dass er in Grün ist. Das muss auch ohne Klapp. Du bist der offizielle Ansager. Unser nächstes Ziel, für das brauchen wir Eis. Das nächste Ziel sollten die drei Steine sein, die wir bereits gesehen haben. Wir müssen die nicht irgendwie so schriegen. Wir müssen uns missen. Ah, Feuer! Eins, Zwei, Drei! Gravitas! Und Eis! Links ist auch noch ein Gegner. Und dem ist noch eins. Mein Nacht. Unterlässt nichts. Oh, Money! 400? Oh, sogar zwei Gegner. So kann sein, das ist aber eine große Menge an Geld. Sogar zwei Gegner? Sogar drei Gegner! Hier, in der Schatzflug befindet sich eine Skizze. Diese Skizze ist Goldschmiede. Du willst echt meinen Wunsch verstören. Ich denk da nie dran. Ein Fisch! Vita! Dafür darf ich auch mal mitten im Kampf unterbrechen. Äh, geile Stopposition. Ist hübsch. So, ich musste da aus dem Vita rausrennen, weil der Kaktor auf 100 Nadeln gebrückt hat. Das gibt's doch noch. Ja. Stell dich an. Das war halt irgendwie eher unmöglich, da drin stehen zu bleiben. Mit nur noch anderthalb Karten. Und eine Klingekirsche. Ja, wir sollten uns deutlicher halten, sonst rennen wir gleich noch an den Stein vorbei. Ja. Aber Marc sieht ja auf der Karte, wenn die Xe sind. Ja, aber man weiß es nicht. Weiß es nicht. Weiß es nicht in der Wüste. Geld. Sand. Sandfarben. Oh, keine Ahnung. Ich glaub Sandfarben ist sogar ne Farbe. Ja, Sandfarben. Da stehen, die wir in der richtigen Reihenfolge treffen müssen. Nämlich vom kleinsten zum größten. Wie im Gedicht sagte von jung nach alt. Kling, der kleinste. Hier haben wir den mittleren. Kling, der zweite kleinste. Und da hinten sehen wir jetzt beim Kameraschwenk, da ist noch ein großer letzter, den wir treffen müssen. Und wir haben Vita gewirkt. Vita? Oder so ähnlich. Das war gerade irgendwie ne Vita-Animation, hab ich so das Gefühl gehabt. Okay, und damit sollten wir jetzt das Element fast schon aktiviert haben. Jetzt müssen wir uns südlich halten. Ja, hier. Noch südlich halten. Noch südlich halten. Ja, ich dachte... Was denn? Da ist noch so ein anderer Weg hier. Knapp drüber. Ja, hier geht's runter auf ne andere Etage. Wir holen jetzt erstmal das Element vorbei. Geh Schnee! Geh Schnee! Entschuldige sich alle! Schon wieder hat man die Blitzmiss-Fiecher dabei. Er stirr! Ja, er stirr! Oh, ey, die Scheiße! Ich hab schon ge-spoidert, was er kriegen hat. Ja. Und da ist der Kaktor aufgefahren... Zum Kommand-Mann. Ja, ne... Ich hab schon drauf gewartet. Ich hab äh... Ich hab äh... Ich muss denn... Wie zu viele Sachen im Kommando ge-reißen... Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier vorne der Motar-Rust runter-Rust runter-Rust. Gegner. Ja, da sind noch zwei Gegner, aber das dauert, bis wir da runterkommen. Vorher holen wir uns jetzt erstmal das große Geheimnis dieser Wüste. Wüsste eigentlich nicht mehr weit sein, da unten ist auch eine Kiste. Ja, hier vorne sind wir richtig. So, holen wir mal einen Angustauber, was mag? Jo. Denn hier vorne sollte jetzt etwas erschienen sein, das vorher nicht da war. So, nämlich müsste sich hier vorne jetzt neben diesem Skelett-ähnlichen Dings da, gucken wir mal, ja, diese Blume befinden, die nicht da ist, wenn wir das alles, was wir bis jetzt gemacht hätten, nicht gemacht hätten. So, dieses Ding hier an sich reagiert noch nicht mehr, ich kann es noch nicht mal mit mir untersuchen oder sonst irgendwas machen. Was wir jetzt machen müssen, ist heilig draufzuwirken, also Sanktus. Eins, zwei, drei, Sanktus! Und wir sehen, daraus entsteht einer von diesen lustigen Elementumwandlern. Und jetzt legen wir unseren Kristall da drauf und wir sehen, die Elementeigenschaften des Kristalls ist unbekannt. Hm, sehr interessant, unbekannt. Sieht jetzt eher so grau-grünlich aus, unser Kristall-Ding. Ja. Ist hier unten noch was, Marc, laut Karte? Ja, jede Menge nichts. Dann gehen wir erstmal wieder hoch. Dann lassen wir uns noch den Weg da links rum nehmen, damit wir Artefakte sammeln können und so. Yay! Ja, damit haben wir jetzt das finale Element des Spiels. Mit diesem Element können wir jetzt sämtliche Miasma-Ströme durchqueren. Sämtliche. Und wenn wir das Element wechseln sollten, dann müssen wir den ganzen Mist hier nochmal machen. Deshalb sollte man es vermeiden. Genau, deswegen sollten wir ab jetzt nie wieder das Element wechseln. Und einfach damit leben, dass wir jetzt, ähm, ja, ne, niemals das Spiel verlieren können. Ich hab ja schon mal erwähnt, dass man es mit ganz viel Trickserei relativ, ähm, ja, früh schaffen kann, sich festzusetzen. Dass man einfach keine Level mehr hat, die man spielen kann, weil man die Elemente nicht mehr sammeln kann. Mit dem Ultimate Element ist es kein Problem mehr, denn jetzt ist es völlig unmöglich geworden, dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt nicht genug Level zum Zugang haben könnten. Kevin, vergiss es zu, Christa, im Bonus nicht. Naja. Ich hab aber ehrlich wieder nicht dran gedacht. Ich hab's einfach in der Kiste, und ich hab's einfach geöffnet. Ja, macht nix. Danke mal. Bin auf deiner Seite. Ich kenn das Problem, wenn die Leute einen über den Bonus wegklauen. Ah, als würdest du jemals von den Gegenständen hinlaufen, die aufheben sind, wenn wir es nicht tun. Das ist richtig. Also, ja doch, wahrscheinlich so. Nein. Nein, wirst du nicht. Hier ist wieder der Erdumwander, den wir nicht mehr benutzen sollten. Doch, warum denn nicht? Können wir uns das Ganze nochmal neu machen. Ja, im Moment ist es ja noch da. Im Moment wäre es doch nicht so schlimm. Im Moment können wir einfach zu dem Umwandler zurücklaufen. So, zwei Gegner, unten rechts. Mh, nur was man das heißt. Eisrein. Ups, eingefroren. Ich weiß nicht, warum die Lame überhaupt nicht kennt, aber ich friss es mal drin. Die haben beiden noch ein Nickchen gehalten im Stehen. Das ist ein pazifistisches Lame. Und in dieser Truhe finden wir für unsere Mühe die Skizze Sakralpanzer. Das klingt doch mal heimisch. Und unten links ist auch noch ein Gegner. Okay, aber dafür müssen wir erstmal hier wieder um die gesamte Kurve rumlaufen. Und dann, ja, ne, halt den Hügel hochgeben. Da hält sich ein bisschen zu sein an der Wand. Immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. Ja, hier unten finden wir auch die Mogricks wieder, aber ich denke mal, da wollen wir nicht nochmal reingehen. Nee, nee. Trotzdem gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwelche Artefakte finden. Wer ist man? Eisrein. BAM! Der Mensch ist eingefroren. Ja. So, das sollte es eigentlich gewesen sein. Jetzt lässt du übrigens Wunderwasser. Lecker. Ja. Meine Familie hasst den Wunderwasser, wo es aus Juden besteht. Macht ja Sinn. In der Tat. Ich sehe nichts. Großes, schwarz ist nichts. Und links ist ein Gegner. Ja, und da kommt ein Bild weg. Ja, in das Mordhaus. Pione? 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 Ich bin so langsam! Pione? Pione? Und hier finden wir noch Milch. Tja. Das war's. Da scheint es nichts mehr großartig sonst hier zu geben. Schade eigentlich. Ein Artefakt wäre auch zu hilfreich gewesen. Ja, ich schon. Ja gut, dann können wir uns den gesamten Weg hier wieder zurückbegeben. Und da würde ich sagen, gehen wir mal auf den Sandstrudel zu. Joa. Joa. Wäre, glaube ich, sinnvoll. Joa. Kann ja nicht schaden, ne? Ein Sandsturm! Mist, Digga. Dann kannst du trotzdem nicht schneller durch. Ne. Leider nicht. Wir sind nicht wie im Jasper-Strom. Das ist auf eurem Rückenwind raus. Das ist durch die Rückenwind plötzlich schneller, aber das funktioniert hier leider nicht. Hier vorne sehen wir auch nichts mehr. Ich hab ja keine Schatzkarte und nichts, aber ich sehe ja keine Gegner. Ich hab's gehofft, da würde vielleicht irgendwo ein Schatz stehen, aber... Keine Sackgassen, kein Gorn. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur schwarz. Hm. Dann können die ganzen Weg wieder ganz entspannt mitgehen. Yay. Hurra. Jetzt sind wir wieder im großen Teil der Wienste. Ja. Dann halten wir uns jetzt einfach österreich. Auf nach österreich. Ich sehe, wir müssen schon sterben. Wieso das? Ach so. Wir nehmen einen anderen erst mal Schaden. Aha, dann macht er das gleich mal 20 Minuten nicht und dann passt er wieder. Ich sehe, es ist doch schon ein halbes Haar. Keine Sackgasse. Geheilt. Ich werde schon wieder vorrennen. Hier sehen wir noch nichts. Ja, die Wüste ist leider sehr groß. Und leer. Vor allem Zweiten ist es. Und Gelb. Ja. Und Braun. Ich dachte, Sandfarben. Ja, das auch. Da sind natürlich so mal Steine auf dem Boden. Ja, gut. Aber die Wangen sind jetzt eher grau-braun. Jetzt streiten wir uns über Frauen. Ja, sonst war nichts da. Wenn es nicht gerade irgendwie kritisch wäre, dass ich noch weiterlaufe, dann würde ich aufstehen und aus dem Zimmer gehen. Oder ich würde aufstehen und dir eine reinhauen dafür. Das ist aber nicht nett, doch. Guck mal, wir haben hier andere Röntgen schon. Yay. Ist ja auch nur so eine Minute oder so gedauert. Jetzt müssen wir hier vorne gleich wieder an den Felden sein, den wir feuern müssen. Ja. Hier irgendwo in der Nähe müsste eigentlich auch der Strudel sein, der uns weiterbringt. Brauchen wir einmal danach? Da ist einer. Das sieht gut aus. Versuchen wir es mal. Schauen wir, wo wir jetzt rauskommen. Und jawohl, das war der Richtige. So ist es auch schon. Und ich habe nichts. Und weiter geht's. Gegner. Mein Bonus hat sich leider nicht... Ich habe die normale Kase, dass ich sie in die Kakteen schaue. Oh, macht das viel schon mal. Ja. Ja, ich freue mich schon auf den Boss. Oh ja. In der schon so viel Schaden macht. Ey. Hat jemand den Status? Nö. Nö. Ich habe scheinbar dann die Schatzkarte. Ah, ist aber schwachgegeist. Das ist schon mal gut. Wenn man die Gegnerkarte hat, muss ich die Schatzkarte haben. Hier vorne haben wir ein paar Karten. Links vier Gegner, rechts ein Gegner. Okay, dass wir hier die Karten weg. Dann gehen wir hier erst mal. Töten wir erst mal die Karte. Ja. Und wenn wir die nicht 100 Nadel einsetzen, sind die so niedlich. Ja. Tun die auch nichts. Und du hast eine der Narben gefunden. Auf jeden Fall bei Augen links eine Schatztruhe. Hör, wogegen waren die nochmal schwach? Blitz? Das ist selber Blitz einsetzen. Ist das unwahrscheinlich, ja, Marc? Marc, Marc, Marc. Wir versuchen das mal mit Feuer. Feuer. Oh, gut Feuer. Feuer hier. Gut, dass das Ding ausgewichen ist. Geht ja kaputt, Mann. Ja, todesä. Und da hat er Fleisch. Fleisch. Wir müssen einmal hier runter, um einen Kaktus zu zerstören. Ja, am Kaktel. Warum ja. Wo ist der Kaktus? Und da drin ist ein Artefakt. Silberreif. Uh, der Silberreif. Uh. Ein Magie mehr. Immerhin. Einen ganzen. Das ist ganz. Zwei Gegner. Hey. So, oben links war irgendwo eine Schatstruhe. Oh. Ist das oben links oder oben rechts? Ist das oben links. Eis. Eis. Böse. Wo kommt denn das Eis her? Der hat auch Eis angegriffen. Und Feuer. Und Blitz. Der greift mit allen Elementen. Das ist jetzt nur wahrgenommen. Und schwer. Durch eine Schweifattacke oder Zunge. Ich weiß eben nicht. Auf jeden Fall hier links ist eine Schatze. Sogar zwei. Ganz viele Gegner auf dem Schirm. Toll da oben. Nee. Es geht um die Schatze. Ganz viele Militärmeer, die unsere Freunde sein wollen. Die mich vor allem die ganze Zeit stoppen. Und nochmal stoppen. Und nochmal stoppen. Ich bin nervig mit dem Stopp. Ja. Ich steh hier, direkt über dem Markt. Stimmt, stimmt. Ich bin die hübsche Statue, klar. Scheiß Eis, Mann. Vor allem gefroren und gestoppt gleichzeitig. Ich bin jetzt das dritte Mal so, dass sie Stopp auf mich gelohnt haben. Ich müsste stoppen. So, gemacht ist ja okay. Gemacht kann ich leben, aber nicht mehr stoppen. So, der ist kaputt. Der ist schon mal schön. Und die auch. Dann ist mir die Lahmmeer verbrügeln. So. So, wir haben es geschafft. Irgendwo. Auch das viel nerviger als es sein soll. Und in dieser Schatztruhe finden wir... Objektiv. Ein Objektiv. Interessant. Und da oben ist noch eine Schatztruhe. Wie wir gerade eben schon mal gesehen haben. Klingt irgendwie nach einer Skizze, die ich herstellen müsste. Objektiv. Ich freu mich, dass es bei uns ist. Was ist wahr? Wahrscheinlich. Hm. Erstmal haben wir über uns noch Kakteen zu zerstören. Das wird schon mal getrickt. Was? Was? Wo sind die Gegner? Was sind die Gegner? Was sind die Gegner? Was sind die Gegner? Hat er mich eingefroren? Du Arsch. Glaub ich ja. Spitzaler nachgebenutzer. Uah! Der Typ hat schon weggefordert. Baaam. So geil. Ich glaube, es geht doch nicht. Gegner sind erstmal nur noch zu uns. Und unten ist die Schatztruhe immer noch. Dann... Gehen wir erstmal an... ... 2, 3 Stück. Und dann ist die Person... Und die ist alles. Dieser Kelchträger wurde übernötet. Wir können sich nicht versichern. Bei mir ist das Versichern gesucht. So schnell. Auf war. Wurde geschloppt! Nost! Fieh ich! Ich hab dazu schon... Und geh. Und da vorne sollten wir jetzt einen der Schatzturm haben. In dieser Schatztruhe finden wir einen... Schneestern! zwei Anruf gebraucht Meistern die Kisten sind ich sehe im Moment keine. Frage ist, ob wir jetzt nach da oben wollen oder nach unten wollen. Geht das auch? Ja, wenn wir uns einzufrehen gehen, geht das auch schneller. Autsch, Autsch. Autsch. Ja, und noch mal wieder, die brauchen viel zu lange zu sterben. Wir müssen nur so ein Kaktus, den ich dachte, und wir sollen auch noch weitergehen und wir lassen nur so ein Kaktus, den ich dachte. Und da drin finden wir einen Teddy. Juhu, ich wollte dir mal einen Teddy. Den Teddy kriege ich. Das ist wahrscheinlich die Landwerte. Das sah so grün aus, also ja. Bei mir ist noch hier eine Pflanze gestorben. Ja. Milch! 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 So, und dann wollen wir nach oben weiter. Das haben wir noch keine großartige Augen. Ja. 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 So. Und zwei Fischis. Ganz schön Fischis. Ganz schön Fischis. Eif. 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 So, da vorne gibt's Gil, noch mehr Gil. 150. Immer wieder ein ... immer wieder ein langweiges Leppel hier. Aber es kommt nicht an Kunalkurach ran. Ja. So ein Stück. Ehh. Ja. Ich hänge so ein bisschen im Stopf Dauerfeuer. Macht ihr das zweite Mal alleine. Ah, endlich. Ich bin entstopft worden. Engel, diese... Die Lamia hier. Aber erst so wirken was Zombie drauf, damit sie auf der Stelle sterben sind. Hast du die Lamia? Oh Gott, ein Fisch! Jetzt hast du einen nach Hause. Ach, vielleicht. Schau mal gleich. So. Nehmen wir. Äh, ja. Mistfisch. Auf den Alarm zu lassen. Bam. Heißt rein. Hat dem keiner mehr bei dir. Bam. Heißt rein. Auf der Monsterschule oder so. So. Kaputt ist er. Und hinterlässt ein Chimera-Horn. Hä? Äh, Kaktanten oder sonst nichts? Kaktanten? Ja. Kaktanten ist ein guter Wort. Und hier ist ein Bildwechsel. Wuhuuu. Bildwechsel ins letzte Gebiet kurz vorm Boss. Jo. Juuu. 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 Sie packen mal noch... Ja. Ja. In der Tat. Schieiip. Schieiip. Schieeeip. Schieeeip. Tuiya. stiruja. Dieser vollen Lillte. Einer muss halt vorrennen, ne? Und den ersten Schlag abfangen. Ja, ich... Auch wenn du eigentlich dafür prädestinieren wärst, weil du die höchste Verteidigung hast. Aber hier kommen ja eh keine Gegner, müssen wir beim nächsten Bildwechsel sind. In der Tat. Mein Gott, das dauert aber auch ewig an, um zu diesem Bildwechsel hinzukommen. Ja, das ist ein großer, leerer Raum. Immerhin sind es keine Holzflößchen. Ja, stimmt. Holzflößchen? Ja, das stimmt. Das ist nicht Kunal Korach. Achso. Ich dachte gerade, hä? Das war fast genauso lang. Das sollte der Bildwechsel sein. Wäre die normale Karte? Ja, das ist der Bildwechsel. Okay, beim nächsten Mal werden wir dann durch den Bildwechsel gehen und uns Satefakt einsammeln, Gegner hier besiegen und den Boss herausfordern. Mal gucken, ob wir uns diesen mal umbringen können. Beim letzten Mal war es ja schon verdammt knapp. Also bis dahin. Ciao. Aloha. Tschüss.